So, ich mach mal schnell durch Lauf, Mittagessen. Brot. Suppe. Salat. Scherup. Noch mehr Salat. Und schöne Salate. Antipasti. Bienchen, Thunfisch. Guck mal, ist das schön, ne? Hier ist noch mehr Antipasti. Da ist Thunfisch. Und heute, wo ich Körb besuche, gibt's keine. Jetzt gibt's Pide nochmal. So, Erbsen mit Fleisch. Zucchini gefüllt. Hähnchen mit Gemüse. Fisch. Etanselpüree. Maisgemüse mit Käseverbecken. Drokkoli. Frühlingsbrüllen. Gulasch. Und Reis. Bommes. Nudeln. Also, kommst ins Internet. Noch mehr Nudeln. Ist auch Gemüse. Gemüse. Noch mal Fisch. Melone gibt's fast immer. Schönes, frisches Obst. Und dann natürlich die Nachtspeise. Und das ist nur mittags. Abends ist es noch mehr. Und es ist schon alles geplündert. Das muss man auch beachten. Tja. Restaurant. Da hinten ist Kinderecke. Da ist Bar. mit Chai, Kaffee, Tee, Wasser, Bracken, Ayran. Alles da. Man könnte schön draußen sitzen. Da hinten ist a la carte. Und noch mal Fässerung. Drinnen sitzen. Draußen sitzen. Noch mehr Plätze. Und noch mehr. Und noch einmal.